Herzlich Willkommen bei der FTP Fenster- und Türenplanungs GmbH, Ihrem Seelandschreiner mit Sitz im Herzen von Biel. Wir sind spezialisiert auf die Planung und Erstellung von individuellen Schreinerarbeiten. Dabei ist uns wichtig, dass Sie als Kunde gut informiert und fachgerecht beraten werden. Mit unserem Können setzen wir dann Ihre Ideen und Pläne um. Bei uns sitzt jeder Handgriff. Wen wundert's, sind doch alle unsere Mitarbeiter professionell ausgebildet und verfügen über langjährige Berufserfahrungen. Diese Erfahrung möchten wir natürlich auch weitergeben. Deshalb bieten wir unseren Auszubildenden ein individuelles und interessantes Ausbildungsprogramm. Bei uns erhalten Sie alle Schreinerarbeiten aus einer Hand. Von der Planung, Entwicklung und Herstellung bis hin zur Lieferung und Montage. So optimieren wir Ihre Abläufe. Ob Eigenheimbesitzer, Immobilienverwaltungen, kleine und mittelständige Unternehmen, Architektenbüros oder Restaurants. Wir bieten Ihnen eine optimale Komplettlösung rund um Ihre Schreinerarbeiten. Dabei verwenden wir nur Produkte von namhaften Herstellern. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen Sie unsere Webseite www.seelandschreiner.ch. Dort erhalten Sie einen Überblick über unsere gesamte Angebotspalette. Ihre Seelandschreinerei Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017